Ich bin positiv überrascht. Ich bin einfach nur beeindruckt von der neuen YZ250F 2024er Modell. Es ist sicher nicht einfach für mich auf einem Standardmotorrad zu fahren, aber ich habe mich einfach wohl gefühlt. Es hat Spaß gemacht. Das Handling ist einfach was anderes durch den angepassten Rahmen und auch, dass das ganze Motorrad einfach schmaler gemacht wurde. Es ist einfacher, die Spuren zu treffen oder auch wenn man in eine Kurve fährt, das Motorrad einfach umzulegen. Und selbst in einem Sprung kann man einfach mit dem Motorrad spielen. Man kann sich draufsetzen, losfahren und Spaß haben. Selbst hier bei den Bergen, es ging hoch und runter. Das Fahrwerk war sicherlich nicht auf mich angepasst, aber du konntest einfach durch die Löcher durchfahren. Klar war es hart für mich, aber das Motorrad hat einfach die Spur gehalten. Es ist nicht nach links oder rechts geschlagen. Es hat sich super angefühlt und ich hatte einfach ein super Vertrauen zu dem Motorrad. Und das kann ich nicht oft sagen von einem Standardmotorrad. Ihr wisst selber, dass mein Motorrad, was ich in der WM fahre, einfach angepasst ist und auch kleiner gemacht ist. Ich kann nur Positives sagen und freue mich jetzt schon auf das neue Modell und dass ich das nächstes Jahr fahren kann. Ich bin dann bei der WM fährt, und es kann auch nicht nur auf das neue Modell. Ich bin dann bei der WM fährt, wo ich mich auch im Kopf h reflectionieren. descobre mich in der WMF nicht.